guten tag meine leute jetzt seht ihr ein video nicht aus der zukunft aber ihr seht ein video jetzt was ich eigentlich am sonntag schon hochgeladen habe was irgendwie 800 leute schon gesehen haben da ist eine telefonnummer drinnen zu sehen das soll natürlich nicht so sein das ist natürlich richtig aber grundsätzlich weise ich einfach noch mal darauf hin wenn ihr halt in einem youtuber clan seid grundsätzlich ist natürlich so es wird selbst von supercell darauf hingewiesen keine telefonnummern oder irgendwas irgendwo zu posten sollte euch allen glaube ich bekannt sein glaube ich trotzdem habe ich verständnis dafür dass das video halt erst mal runtergenommen wurde finde ich natürlich grundsätzlich so eine sache ob man jetzt mit einer anzeige drohen soll ist fraglich meiner meinung nach okay kann jeder sehen wie er möchte aber wie gesagt grundsätzlich ist halt so eine sache die dass es ja wie gesagt ist natürlich sein privates recht sage ich jetzt mal dass er sagen kann gut okay kommen ich will meine telefonnummer da nicht zu sehen haben dass das verstehe ich vollkommen aber wenn ich das nicht haben möchte dann poste ich sie gar nicht erst dann kann man so einer sache meiner meinung nach total easy aus dem weg gehen was trotzdem wollte ich jetzt den anderen nicht den spaß verderben und diese folge natürlich auch für euch zugänglich machen also die die diese folge am sonntag schon gesehen haben die dürfen jetzt getrost wegklicken und sagen ja scheiße keine neue folge tut mir leid dafür aber wie gesagt hier dann noch mal dann blende ich den rest dann halt raus der ja nicht so schön ist bzw der halt die telefonnummer enthält und das war's dazu ansonsten wird es heute eventuell noch ein video geben als entschädigung haha und ich habe also wirklich man sagt ja mal so einem scheint die sonne aus dem arsch mich leuchtet sie jetzt gerade direkt an deswegen seht ihr mich jetzt auch so ganz komisch und ja mir geht es halt mal mega nice und ich habe richtig bock wir haben es jetzt gerade 13 40 wird heute mal richtig abgehen denke ich geile aussicht echt hat schon alles was so also genug gequatscht ihr seht jetzt den old stuff von sonntag und dann ist das schick ach kommt leute in angriff haben wir noch raus ich skipp euch raus wenn was langer dauert ach so ja nebenbei habe ich ja auch jetzt mittlerweile mit zwei frost bin ich unterwegs ja das wäre doch eine nice aktion kommt leute wir haben jetzt 20 pokale und jetzt probiere ich das halt einfach wirklich muss ganz 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 doll bei der sache sein ich kliere mittlerweile jetzt auch in dem bereich dann vorher weil ich halt wirklich sicher gehen will dass es mit der queen halt läuft ich droppe sechs heiler ich habe keine cb fällt mir gerade auf shit so jetzt gucken wir mal nicht dass der magiertum ja genau läuft junge läuft so und dann hoffe ich mal dass ich ich mache mal hier mit den hocks noch ein bisschen was platt ja genau magiertum ja geht supergut und jetzt gucken wir mal ob wir hier noch eine kleine aktion starten können ja das ist doch nett genau genau und jetzt schön machst du das town hall weg hier gehen wir kein risiko ein wir haben hier noch den gift spell ach ja hat dann golly drin oh hat dann golly drin ihr seht es halt selber also wirklich ich bin einfach mal fucking gut gelaunt also was mit wichtig ihr seht es selber ist ein zweiter rage spell auf jeden fall natürlich klar jetzt geht sie auf das town hall und ich ja das sollte es auch gleich gewesen sein zack da wollen wir gar nicht weiter lang rum lamentieren das heißt also weil ich habe halt echt so mega mäßig schiss vor den infernos ich muss es halt einfach wirklich so sagen weil die halt wirklich richtig übel weggehen und mir dann alles weg knallen jetzt gucken wir mal jetzt wollen wir natürlich noch weil es hatten noch andere leute das ist natürlich in boostex echt mittlerweile ein bisschen doof ich guck mal gerade ne lava hund ah jetzt habe ich zwei golems und ich kann sie nicht weg geben ja hier komm nova kriegt ein tk9 gucken wir mal oh yeah champ mit ist natürlich auch eine ansage gucken wir mal ob er denn schon champ war nein er war noch nicht champ warum schreibt what the fuck is wrong with you nein das reicht natürlich leider nicht tut mir leid aber ist natürlich auch mal eine nette sache also er ich denke mal er wird jetzt champ probieren ist auch machbar ist ganz klar ist machbar ich will nicht das video wieder so zuspammen aber ihr wisst doch ich habe euch doch so viel zu erzählen aber das seht ihr dann im nächsten video wie gesagt jetzt folgt erstmal the old shit and have fun with it bis dann ciao ciao guten tag meine lieben leute Guzoa ist wieder back in town Cody hat rausgekommen ich muss mal gerade gucken ja komm den geben wir uns mal kurz hat einmal einen 3 star rausgeballert alter da findet er noch solche alter verwalter aber ich meine klar der war auch aus champ 2 aber wenn er da auf in titan 3 halt noch zugriff drauf hat aber ich ihr seht selber also wie gesagt ich habe ich habe das ja schon erwähnt dass ich ihnen darauf hingewiesen habe mach doch mal mach doch mal go crack und läuft halt und ich meine klar ich könnte halt auch sagen ach gut okay komm ich mache die taktik auch komme ich auch höher und so weiter und so fort aber ich sag mal so einfach will ich es mir halt nicht machen also was heißt einfach ich will jetzt seine arbeit hier nicht runterspielen keine sorge aber ihr wisst was ich meine ich will halt eben auch wirklich zeigen gut okay man kann halt eben nicht nur mit queen walk in silber 3 irgendwie rumfarmen oder sowas sondern wirklich richtig fett aber ich muss echt sagen das hätte ich nicht gedacht dass das jetzt noch 100 prozent werden ich meine klar wir haben die golems aber innen drin geht ja gleich alles hops weil die queen hat keinen schutz mehr die hexen sind tot logisch da kann ja nicht mehr viel kommen eigentlich so jetzt wird die queen geraged hart hat richtig drauf ankommen lassen und da hat er richtig glück dass halt wirklich die golems eben von außen kommen die müssen definitiv komplett also die gesamten devsachen müssen auf die golems gehen weil sonst würde die queen nicht halten die würde definitiv nicht halten und dann hätte die hätte die zeit halt wiederum nicht ausgereicht also von daher muss das so gewesen sein dass halt wirklich die golems alles auf sich genommen haben ja genau hier ihr seht selber richtig richtig also klar da hat der golem das gemacht wofür er halt einfach mal da ist so jetzt die queen weg ja einzel magier bringt halt nochmal was auf jeden fall an der richtigen stelle richtig richtig nice ich würde mal sagen da hat er sich leicht gefreut da hat er sich leicht gefreut der koly ja und da das armeelager zack weggeballert und dann immerhin immerhin acht ich meine wäre natürlich geiler gewesen hier so irgendwie 25 aber ich meine ganz ehrlich der andere war in champ 2 und er ist titan 3 da ist er mit acht pokis schon gut dabei hier riskiere ich weil inferno ist einfach wirklich relativ weit weg den sollte ich eigentlich nicht abbekommen gleich mal weg ebnen hier für die queen ich kann ordentlich clearen so jetzt ich glaube wirklich also ich probiere das gerne nochmal mit nur 5 heilern weil ich glaube ganz ehrlich es war nur die kanone die mich jetzt gehittet hat dafür fand ich den schaden relativ viel echt sehr gut hier so jetzt kann ich mich darauf langsam vorbereiten das event achso cb da ist nichts los so jetzt auf jeden fall ihr habt es gesehen gerade äh du sollst aber schon noch aufs townhall gehen ja das ist dir schon klar genau da gehörst du hin so machst du das fein jetzt glaube ich eigentlich dass die gar nicht nicht ich hau mal hier nochmal ein rage raus aber dass die gar nicht den abbekommt hier wenn die nämlich jetzt noch draußen rumlaufen würde tesla passt wenn du jetzt noch draußen na da hat es mir natürlich ganz schön was abgezogen denke ich mal wow ok gutes ding so schauen wir mal wie viel 13 ich denke mal von truppen her wisst ihr mittlerweile wie es abläuft sag ich mal dass ich halt um und bei 15 mauerbrecher mache ich normalerweise aber mit mehr ist man auch nicht falsch aufgestellt wie gesagt der vorteil ist halt dass man wirklich die truppen eigentlich so krass nicht braucht man sitzt halt echt da und oh ich habe schon zwei giftzauber hier muss ich den erstmal noch rausnehmen telefonnummer ok 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 so gut bin ich ja grundsätzlich kein freund von handynummern irgendwie rum also in einem eigenen clan ist es immer noch eine andere sache aber gut so hier haben wir auch wieder ein townhall neuner lächerliche vier pokis was wirklich nicht viel ist aber ich kriegse halbwegs einfach also ich krieg halt definitiv das townhall aber na ne ich machs doch nicht man ist dann echt am überlegen und schon haben wir wieder immerhin das doppelte fast Gucken wir mal wo wir am besten reingehen können wir können von hier aus rein dann lasst uns einfach mal hier hallo sagen und nur fünf nein knappe kiste hashtag knapp hashtag knapp knapp auf jeden fall aber ich wollte halt nicht den 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 normalen rage also die ability der queen wollte ich halt noch nicht zünden weil ich weiß halt nicht was ich in der cb was mich da erwartet jetzt habe ich hier noch die sieben die sieben hocks wobei ich die hier nicht droppen möchte wegen der riesenbombe oder wegen der gefahr der riesenbombe sagen wir es mal so ich habe noch ein rage die sollte jetzt ja oh ne haben wir jetzt nicht gesehen oder genau so sieht es nämlich aus so jetzt können wir die hier nämlich weggiften dann sollte das eigentlich ganz geht schild laufen machst du auch nochmal was hier ja genau sonst kriege ich nämlich wirklich da reichen wirklich einzelne hits sehr gut sehr gut ja luftfeger du hilfst mir gerade indem du einfach mal die heiler ein bisschen wegschießt das ist natürlich toll aber war trotzdem nicht aus der range aber passt so jetzt gucken wir mal wie wir hier naja das ist alles ein bisschen tricky hier ich gehe mal von hier aus rein ich hoffe dass ich hier nicht zu sehr ein aufs maul kassiere ganz genau sehr gut Luftabwehr weg ich nehme hier das zeug mal ich probiere halt wirklich noch zu pokern dass ich noch die die 50 prozent bekomme ich habe jetzt hier auch ihr seht selber ich habe ja hier wirklich noch die ganzen heiler raus gehauen und einfach weil ich wirklich denke die die 50 prozent müssten noch machbar sein und dann schauen wir mal was hier geht aha schade jetzt bekämpft sich hier die mauer das ist ein bisschen nervig ah ne ich 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 haue hier nicht jetzt wer weiß wie viele mauerbrecher da habe ich keinen bock drauf geht mir so oft so dann ach nein dann haust du den noch raus dann nimmst du den noch und dann den noch und dann hast du auf einmal auch wieder alle mauerbrecher verballert so ich würde mal sagen wir haben es geschafft ganz genau jetzt lasse ich mich hochheilen also naja hochheilen soviel dazu ne das geht eher nach unten aber ist ja egal wir haben ja den boost drin noch müsste der boost auch halten ja die hälfte der zeit ist vorbei dann möchte ich damit auch das video erstmal beenden wie gesagt hier gucken wir mal kurz rein dass man das einfach nochmal sieht zack ah das ist natürlich sehr geil ich meine 18 pokis ist natürlich echt geil und jetzt zeige ich euch den den ich verloren habe hier ganz knappe kiste dann gleich wieder minus 25 das hat natürlich richtig weh getan zumal ich ja jetzt auch kein schild mehr habe und dann natürlich auch wieder defen werde aber das sieht hier davor echt richtig sahne gewesen und dann hast du eben ein aber das das hält sich echt im rahmen also da da darf man dann auch nicht den den mut verlieren und dann sagen naja komm alles scheiße ich werfe das ding gegen gegen fenster ist das fenster kaputt und eventuell auch das device also ihr haut rein ich wünsche euch was macht's gut ciao ciao